Kalinus ist deswegen so besonders, weil das Setting halt ein einzig Artikel ist mit mehr und es gibt halt irrsinnig viele Routen in allen Bereichen, in allen Draden, in ganz vielen verschiedenen Techniken und Stilen. Kann man jahre klein gucken, das hat nicht alle geklappt. Kalinus ist ein bisschen ein Farmer's Paradise. Es ist ein schönes Deepwater-Solo, das man kann. Es ist wie ein Kayak oder ein Bote-Ride-A-Way. Es ist wirklich einfach zu kommen. Es ist einfach zu den Krags. Es ist einfach ein Playground. Der Kragsjärnz mit einer Schraubung und der Bote-A-Way. Die Schraubung, das ist ein ganzes Westerl. Die Schraubung und die Schraubung und die Schraubung ist eine Schraubung. Die Schraubung und die Schraubung und die Schraubung und das Kragsjärn zu machen, Die Schraubung ist für mich mehr als Faktor. Wenn man keine Knie hat, wenn man keine Knie hat, ist, ist, dass man mit dem Knie ist, wenn man mit dem Knie ist.